Teilnehmen mit Tauri-System? Äh... Das... Was brauchen wir denn da? Ah, da brauchen wir Glas. Glas ist natürlich Kacka. Das kriegen wir auch in Glas noch. Glas, Glas, Glas... So, so... Davon hatten wir auch noch was da. Ein kleines Schweinchen. Oh, man sollte keine Möhrchen im Schild-Inventar haben, da kommen die ganzen Schweine hinterher. Ja? Ich finde mich gerade, was will das Schwein denn von mir? Ist doch schön. Ja, nicht schön. Dass wir begattet werden. Ah! Ja, ich hab mein Lieblingsmonster gehabt. Äh... Äh... Ja? Vom Kopf weg. Das ist auch merkwürdig. Warum leckt das denn so? Bei mir ja nischt. Wenn es die vier Seiten Tinkers hat. Leck dich scheiße voll. Vier Seiten Tinkers hat? Ja... Ja... Wenn ich eher Tinkers an einen eingehe. So... Ka... Mag's vielleicht halt nicht, dass du's machst. Da haben wir ja. Hast du auch sonst mal recht. Wie soll ich den denn nennen? Nehmen wir ein bisschen Sand mit. Ah, das hier. Ich brauche noch mal den Patternbilder. Bup, bup, bup. Einen paar Sandblöcke! 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 so nicht wieso nicht spart mir einiges das ist geil du bist so behindert ich weiß 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 dass ich das bin so wie immer hallo bien sagen eigentlich da hinten die bienen mittlerweile tschbapap auf jeden fall tschbapap hier sind die anderen drin dann tauschen wir einmal einmal bitte mixen die gehen wir auf den keks ist ungelogen ist doch richtig smart red rain und daran forcet oder was oder ist das was anderes gewesen? eine ausgießstation also sind nur drei blöcke in der links also mittlere reihe links rechts und untere reihe in der mitte zum ausgießen meinst du ne? ja so so ein zapp fahren gold gold redstone zinn glaube ich eisen habe ich zwei davon das scheiß ding noch richtig gesetzt au kupfer 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 eieieieieiei oder bedeckt muss das ja nicht sein mit der flüssigkeit ne? ja the drain dass da was rauskommt ne muss nur auf einer vollen höhe sein ne? muss nur von der smeltway die höhe haben darf nicht überall da drüber sein wenn da der ring nicht ausgefüllt ist das ist immer ne geschlossene ok dass der block da drüber gesetzt wird ne der ring muss geschlossen sein meinst du ne? ja hab ich dann noch nicht toll das ist meistens brauchst du dir ja deswegen das ist das dann wo ich meinte wenn man getrennt anbaut mal gucken wo dann immer die probleme sind ja 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 meist bei euch die smeltway hm? meist bei euch sie ja es funktioniert ja siehste danke guck mal wie nett ich bin ein arschlauch bist du ne weil ich mir jetzt nix gesagt was dann? hm hätte ich schon rausgefunden sagst du so einfach die abkühlanimation ist auch gut gemacht jetzt ne na gut vor war das kommt nicht schnell abgekühlt aber jetzt finde ich sieht besser aus das dauert ja immer so alles ein bisschen ist auch besser so finde ich hm finde ich auch besser so dass es ein bisschen abkühlt hm kannst halt auch trotzdem automatisieren aber das dauert halt etwas länger jetzt aber nimmst einfach zwei Becken naja in der zeit was andere abkühlt können das andere wieder gefüllt werden na na hm 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 das ding blub blub borrower stone und redstone für eisenpopeisen 1,2,3 so 4 stück nochmal schmelzen oh ich hörsch wieder mein lieblingsmonster ja kackviech ey 1,2,3,4 5 so hm das ding noch stelle sack sack der level sieht neu aus durch die neuen texturen ne hat ein hebel die sieht eher aus so wie ein hebel ok wow was los was geht denn bei euch ab vor allem die weicht noch mal so schön aus ja die haben so ne komische bewegungsanimation ja ja finde ich aber geil jetzt nicht mehr so beschissen wie vorher ich werde ein bisschen hart gepanischt du wirst gepanischt so ich habe eine redstone glaube darüber gesetzt jetzt oh mein gott geht weg jetzt brauche ich mir nur grad noch ähm einen hopper bauen oh mein gott das brauche ich auch noch so einmal so einmal so ok ups fick mal falsch so schnell man sterben kann merke ich hm ich stelle mal doch so sterben kann hm willst du doch auch nö ungern märchen märchen jetzt kann man eigentlich noch was mit kaninchen ragout gibt das so ok so das ist der dann pumpt das mal wieder raus jetzt mal blockweise schenke es jetzt brauchen halt erstmal die vor klopp 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 was kloppst du denn auf deinem mikrofon immer rum hm meinst du ja genau das das ist wenn ich ihn runter bewege dann bewege es denn immer runter voll das insane geräusch wenn ich mich anders hinsetze aha deswegen ne nicht schon wieder hier ganz viele villager voll im haus geht weg tschüss die mögen dich doch ich aber die nicht die lieben dich können sie ja versteh das doch mal können sie ja mich lieben so vielleicht liebe ich sie ja nicht doch du hast sie ganz verliebt ne doch ich mag die nuscht doch magst du komm wackel hier schneller ich brauch das zeug du hast sie ich hab gerade mal zehn gold gefunden komm kühl ab mein freund kühl ab zack zack ach dackeschön jetzt jetzt geht es aber mächtig los hier zack ich schiebapp bapp dir gleich eine jahr Geräusch! Insane. Wie habe ich das ganz falsch geschrieben? Ah ne. Cool. Das ist gerade zu blöd zu sehen. Hallo, 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 hallo. Habe ich kein Holz mehr? Doch. Okay. Eine Crafting Station, eine Tool Forge, ein Part Builder und ein Stancing Table. So. Und ein Pulverweiser. Jetzt brauche ich nur noch Pattern. Die Pattern Chess brauche ich noch. Äh, brauchen du sie nicht. Ja, aber das ist halt Platz sparen, ne? Da habe ich doch noch alle Kiste. Äh. Finde ich nicht. So. Du, 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 du. So. Man hat doch so, so als es klingt. Auf jeden Fall so Schablonen-Dingen. So. Da haben wir die Möglichkeit ja nicht jetzt. Die braucht ich dann nicht für. Genau, ich brauche da für noch einen. Okay. Nein, 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 nein. Gut, hier kann man auch drauf zugreifen. Jetzt ist es gut. Ähm. Nö. Was da irgendwie auch so. Ich verbaue jetzt mal. Achso. Drei Papier. Ja. Ne. 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 Ich brauche glaube ich noch einen String. Mal mal die Redstone aus. Da schon. Oder die Glocke. Und dann wechseln. Zack. dass das mit aluminium nicht mehr ist weißt du was damit oder mit was war das die form machen ob das gab es nicht mehr so dass es dafür ist die form herstellen achten tinkern so den tank sich jetzt gerade aber ziemlich uninteressant den tinker tank das haben wir jetzt stehen jetzt brauchen wir als die blöcke ständig glück natürlich mein tor offen zu lassen egal egal ist 88 und käse riecht von beiden seiten ich weiß schwein schwein du ja ist ja gut ja grundsätzlich so rum keiner möchte dir was tun selbst ich nicht mal ich ein anständiger mensch bin was sollte man nicht vermischen keine ahnung das kann ich dir nicht sagen da hast du ahnung doch bist ein sack weiß ich weiß es wirklich nicht aber irgendwas hat er sich doch zusammengetan irgendwas ich weiß dass du zinn und kopf war nicht zusammenpacken das ja aber es war schon immer so das war ja auch die frage wo hast du zinn und kopf auf jeden fall nicht oh ich habe gerade pranks da gemacht zinn und kupfer ja ich hatte auch glaube ich mit 1 10 oder so 1 10 3 kopf war müsste es sein ja irgendwie so das selten hat sich gerade ausbewehrt ender perle grad so ich sag ja auch nur relativ ne ich soll auch keine fackel setzen hier plantet oder witz und dann ich weiß auch gar nicht wie kriegt man eigentlich die wärmer ist das durch gras abbauen oder mit der hacke mit der hacke über gras jagen ich hatte auch so weil man schon deswegen im inventar oder beziehungsweise in der chest ich weiß ich hab die halt auch so bekommen gehabt vielleicht sind die halt seltener wenn du die das gras per hand abbaust die sind wirklich relativ gut wenn du halt sachen umpflanzt noch mal sollte nanny zu baupp keine reingegangen das schon mal gut Keine Ahnung was die macht, Kartoffeln, Industrialhemd, Tidid, Tumma, was war denn, brauche ich gerade nicht, der Sammler. Ich habe euch gerade eingeladen mit ab. Du brauchst drei Blöcke von denen und Eisenblöcke, alles klar. Vier Eisenblöcke. Das Ding lässt man da rein. Eine Workbench. Dann setzen wir noch eine zweite hin. Na ja. Stimmt, ja. Du kannst ihn scheiß an, ey. Du kannst ja nicht auf Biomes so Plenty Erde setzen. Ne. Eins, zwei, drei. Du brauchst halt normale Minecraft Erde. So. Den Schritt auch schon mal gemacht. Das ist ein bisschen AA ist. Werkzeug. In dem Gebiet, was ich nämlich habe. Hammer. Busterkopf. Lalalalala. Hammerkopf, große Platte und robuste Griff. Hammerkopf. 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 Ein bisschen Platte. Nein. Beschärfungsset. Nein. Da. Große Platte. Ach. Mr. Schneemann. Sterben wir gerade? Boah, die Tötungsrösch. Boah. Boah, halt in der ersten Aufnahme, das Fieber sich das erste Mal gesehen habe. Bein ab. Willächer getötet. Hm. Bein ab. Willächer vers getötet. Ohh. Hi. 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 So einfach. wieder falsch drin keine ahnung du hast noch nie ahnung hast doch recht okay so er fand was ist das schon mal schmelzenden scheiß den brüchel ich darf ich darf von 23 ach das hat er direkt da reingemacht ich wundere mich aber das in den konfiguriert wir können uns erst mal den bauen weil wir toll brauche ich schauen wir erst mal ein ingot brauche ich gut das heißt man hat relativ viel zwischen kleines problem jetzt sagen wir auch äh blöd äh ach so hab ich schon im inventar ja 3 giga was ist das okay das geht auf jeden fall nicht mehr zurück wie kann ich das denn jetzt 2 4 4 6 8 10 12 14 16 muss ich noch welche machen warte mal ich kann ja sand herstellen stimmt da war ja was weit weg laufen liebe sand komm 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 ja 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 jaja ja 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 lange na거나 einenской das ist doch klar dagegen das sind ja warum man die einbauen muss was man deko kopf braucht ich habe keine ahnung das hat er wie standard weißt du genau unnötig hoch drei er ich habe schon mal wieder ein bisschen mehr inventarplatz und mein kleider ich brauche nur ein beteilung holz brauche ich hol auf deinen kopf dann hast du einen holzkopf klar vergiftet stunde so anderthalb ist das eigentlich ja für die leute ist das weniger definitiv definitiv sind da auf jeden fall viele kratzen gewesen und das gleich zeitraffer ich brauche das kann ich da was man selbst gespräche so ich habe ein solar panel das hat eine kapazität von 125.000 oh mein gott ja aber strom habe ich gemacht also das kleine solar als zweite solar modul genau und das ist aber relativ billig sehe ich gerade glas eisen redstone ist ja fast gar nichts acht stück davon ist ja fast gar nichts das dritte das ja gut drauf halt noch mal ein bisschen mehr eisen das wären drei stück brauchst du davon das sind 369 eisen 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 brauche ich eigentlich 5 eisen für warte mal jetzt muss ich das nehmen das brauchen von der vorigen stufe 4 stück nur na gut ein iron block und redstone repeater aber das ist relativ einfach weil naja ich habe fast drei stecks eisen cheater aber die zweite stufe reicht auch erstmal oh das gold das reicht nicht oder doch wie viel ist da drinne ein barren das reicht definitiv gleich nicht füllen wir erstmal rein was wir haben ja füllen wir mal rein was wir haben ja wie heißt denn die scheiße ginger denn wie ist denn ein das ist paus Oh, jetzt geht mir Holz aus. Aha. Jetzt habe ich ein Holzproblem. Ne, da ist noch was. Das ist das. Das. Dr. 4. Trailing-Device. Dr. 4. Hm, eigentlich müsste ich da noch mal genauer gucken. Ja, das ist das hier. Da habe ich echt gerade keinen Plan. Bei was? Rf-Tools. Ne. Da bin ich auch raus. Boah, da komme ich schnell rein. Hm? Yay! Minecraft abgeschmiert. Warum auch immer. Aha. Gigi? Wo kommst du so schnell rein? Was meinst du? F-Tools. Ja, ich muss halt auch nur kurz ein bisschen gucken, ne? Das wird doch nicht das Problem sein. Machen wir das Buch. Ich glaube das ist einfacher dann. Und was gerade abgeschmiert ist, weiß ich natürlich auch nicht. Weiß ich nicht, Marc. Na, das kann natürlich auch sein sehr stark. Hm. Ich habe das auch zu Anfang gehabt. Wir mussten erstmal nochmal neu installieren und dann ging das auch. Auf den Server rauf gegangen, zack, erschlossen. Neubestartet, auf den Server rauf, zack, erschlossen. Mhm. Ich kann sich ja vorstellen, wie mich das angekannt hat. Ja, sicher. Ach, meinst du wie mir das um Keks geht? Zumindest leckt sehen wir nicht. Aber wenn es abstürzt, ja mein Gott. Hm. Neustarten. Geht ja fix, ja fix, relativ Zeitraffer fertig. Ja. So lösen wir das Problem. Ich weiß auch noch nicht, wo ich die ganzen Zeitraffer rein haue. Gucken. Ein bisschen gucken, ein bisschen testen. Mich würde mal interessieren. Ähm. Ist das Buch auf Deutsch? Was? Rf Tools. Keine Ahnung. Kräfte ist. Da weißt du es. Hm. Und wieder würde ich das Stück schneiden. Oder hier drauf rein hauen. Wo ich gerade die Sprache umstellen. Eins zum Bein mache ich auf jeden Fall. Lass uns aber wieder das ganze Video durchgucken. Oh. Da bist du sowieso immer so. Ah, das ganze Video. Äh. Ja, aber. Weiß nicht. Haben nicht so das Problem mit. Nö. Ja. 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 Mal Blut gelacht hat und findet. Hm. Ist doch ganz cool. Ja. Weil du dann ein bisschen rumspielen kannst damit. Ist ja dann das Problem. Weil ich dann da bist. Kannst du die Emotes auch mit Tastenbelegung machen, ne? Ja. Das weiß ich schon. Achso. Hab ich auch gemacht. Das weiß er schon. Aber vielleicht. Boah. Diese Sprachumstellung. Dass das so lange dauert, ne? Ja. Naja. Kann ich in der Zeit weiter essen. Oh. Das ist ja nicht so, dass ich das zwischendurch so mache. Dachte ich mir auch irgendwie. Will ich aber auch machen. Oh. Ich zock nebenbei auf dem Handy gerade, wo das Minecraft lädt. Also von daher. Hm. Na schönes. Ich darf immer noch disconnecten, weil die Textur nicht halt gelädt. Dann, wenn ich entweder Ressourcen-Pack geladen hab. Achso. Oder halt Sprachumgestellt hab. Na, da bist du natürlich selber schuld. Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Ach ja, die letzte Etappe 7 von 7 dauert immer so am schönsten lange. Ist halt nicht auf Deutsch. Ne? Na gut. Dann viel Spaß beim Lesen. Hahaha. Ist immer ganz lustig. War das der RF-Monitor? Ich glaub ja auch. Ja. Na doch. Ich tu schon mal die Sprache hier mal umstellen. Doch das war der RF-Monitor, den nicht. Ich brauch. Das ist übel. Ja gut. Das kommt auch drauf an. Ich glaub ich nicht auf dem Mod-Pack, wenn der das allzu lange braucht zum Übersetzen. Kann sein, ja. Ups. Verfeuchten dann jetzt. Okay. Mhm. Ja. 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 Ja.